Denken Sie auch manchmal, dass Geld regiert die Welt? Und dass das für die Demokratie eigentlich ein Problem ist? Tatsächlich besitzen 10% der Bevölkerung zwei Drittel des gesamten Vermögens. Für diese Superreichen ist die Welt wie ein Spielcasino, aber die Mehrheit der Menschen zahlt drauf. Banken müssen nicht gerettet werden, sondern der Sozialstaat. Wir brauchen endlich ein wirklich demokratisches und soziales Deutschland und Europa. Und in unserem Land eine Mindestsicherung, eine Mindestrente und ein Mindestlohn. Wir müssen mit einer Vermögens- und Millionärsteuer endlich Schulden abbauen. Und in gute Arbeit, bezahlbaren Wohnraum und in den öffentlichen Nahverkehr investieren. Was wir brauchen, sind mehr Kita-Plätze, eine Schule für alle Kinder und längeres gemeinsames Lernen. Und G8 muss abgeschafft werden. Wir dürfen unseren Kindern keine zerstörte Umwelt hinterlassen. Wir wollen Fracking verbieten und die Zahl der Flugbewegungen reduzieren. Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung bei der Landtagswahl und der Bundestagswahl am 22. September. Das dient dem Frieden und der sozialen Gerechtigkeit. Und zwar in Hessen, in Deutschland und in Europa. Am 22. September. Hessen verändern. Die Linke. 100% sozial. Werbung ist mit dem Klimawandel Platz. Be nonprofit zwar auch hier in Deutschland, aber finde ich eigentlich dieses Thema nochmal Plan. Werbungsemble!